Es gibt Fälle, in denen Rückenschmerzen Zeichen einer ernsten Erkrankung sein können. Wenn zusätzlich zu den Rückenschmerzen noch folgende Symptome auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden. 1. Plötzlicher Gewichtsverlust. 2. Fieber und Nachtschweiß. 3. Taubheitsgefühle oder Lähmungserscheinungen in den Beinen. 4. Schwierigkeiten, den Haaren oder Stuhlgang zu kontrollieren. 5. Langdauernde Einnahme von Steroiden oder Drogen. 6. Krebserkrankungen in der Vergangenheit. 7. Konstant starke Schmerzen, sich stetig verschlimmernde Schmerzen und selbst bei Bettruhe nicht zurückgehende Schmerzen. 8. Zusätzlich zu den Schmerzen in der Lendenwirbelsäule treten noch Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule auf. 9. Ein Unfall, der dem Auftreten der Rückenschmerzen vorausgegangen ist.